Hallo und herzlich willkommen zur nächsten wahre Folge müsste die dritte sein mit mir dem Tick und ich bin gerade auf dem Server gespawnt und habe gemerkt dass hier eine Spawnfalle ist man darf Spawnfall machen habe ich gerade eben noch mal nachgefragt wenn man dabei also nicht stirbt und jetzt darf ich mich durch Obsidian fressen das ist unglaublich super deswegen werde ich nach dem ich hier raus bin nach einer halben Stunde ich sehe hier auch gar nichts auf jeden Fall werde ich dann der Ticket eröffnen das Problem ist ich werde jetzt einfach mal geradeaus draufhauen zum Glück habe ich eine Eisenspitzeige also ich glaube mit Steinen kann man überhaupt hier nichts machen ich hau einfach mal eine halbe Stunde drauf falls ihr bemerkt hat die Ware von Tom letzter Zeit sehr sehr selten jetzt werden sie öfters kommen da jetzt Ferien sind und ich Zeit habe nur ich glaube diese Folge wird nicht sehr interessant Oh ich hab's geschafft aber das ist doch kein Obsidian ist das Obsidian ja warum bräuchte ich so lange um das abzubauen okay gut äh dann entweder das Obsidian sieht jetzt aus das weiß ich jetzt auch nicht ganz egal ich wurde mich hier einfach mal raus also es scheint Obsidian zu sein aber es sieht irgendwie aus wie Stein naja wenn ich hier draußen bin kann ich das noch mal von Ausbildung achten dann noch mal der Shadow Dead ist jetzt nicht dabei der ist ja tot aber er wird in den nächsten Folgen wieder mit quatschen wir hätten nur keine Zeit gefunden und Tom Raider wird jetzt auch wieder öfters Tom hoffe ich so also er hat doch das ist ob sie an das sieht ich bin ja genau ein schönes Schild das meinte hat er eben Prozent weil es hätte gesagt oder so um und ja dann werde eben wir ihn auch beobachten er ist nicht offen so war das wird er ergeben laut haben ist dabei aber ich brauche was zu essen warum möchte ich nicht aus dieser Tür gehen nein ich möchte nicht ich ich möchte nicht rausgehen warum weiß ich dass das eine Falle ist ich mach das jetzt ganz schlau ich weiß dass hier bestimmt TNT ist 200 Prozent hier ist TNT irgendwie stimmt aber ich nehme die Tür mit ähm ähm noch ach so die ich weiß dass das eine Falle ist ich weiß es einfach aber irgendwie will ich auch durchlaufen ich glaube der ich glaube der Tisch ist von mir gewesen so ich habe mal wieder kein Timer gestellt das ist auch super einen Moment kurz so jetzt Timer also ich würde gern wieder aus dieser Hülle rauskommen zum Glück war das keine Falle ich glaube hier ist ein Austern ja hier geht es hoch könnte dann auch sein sonst würde ich mich einfach gerade hoch und dann würde ich gerne erstmal auf Essensjag gehen und dann auch zu meinen machen und auch dir was suchen wie das Thema ich denke jederzeit die Schäume nach tun sie aber anscheinend doch nicht nein das Problem ist dass ich regenerieren nicht das darf ich eigentlich nicht schlagen lassen ich hoffe ich zu schlagen ich glaube ich warte ab bis das Tag wird es werde weil das ist mir doch zu fährt zu gefährlich mit drei Herzchen gleich klein Essen und dann verlier ich ja auch noch Leben ich warte nur was und buddeln mich hier rein zum Glück gehen es nicht was schneller diesen Obsidian abzubauen zum Glück brauchte ich nicht mit dieser Spitzheit hier das wäre der Horror geworden den brauch ich gar nicht das behalte ich mal 20 Eisen kann ich auch noch braten ich würde hier gerne raus aber es wird tard ich glaube die Fanz und er ist schon anzubrennen aber ich will sich restiert so aber man ist sicher nicht warten genau das meinte ich genau das meinte ich genau das meinte ich schnitt zu essen man kann auch dass sie essen nein okay man kann auch verrottet ich probiere es einfach mal ach man kann zu essen hoffentlich kriege ich jetzt kein Schaden aber man hat jetzt ach so wenigstens regenerieren sich jetzt meine Herzchen so man wartet sich trotzdem wo ist der denn das meinte ich gut der Kommer die was soll er sich gleich noch mal was das meine Herzchen sich ein bisschen besser regeneriert aber ich glaube das reicht aber ja das reicht der steht komplett einfach mal hier vor davor rennen 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 so es ist immer noch dann auf dem Server sehr gut ich tut noch mal hier in den Tisten ich kann auch eine Tiste sichern vielleicht mache ich das auch mal dafür bräuchte ein Dwarf den Tisch erstmal ich habe keinen Platz mehr ich bin und bräuchte ich nicht ich bin und bräuchte ich nicht er kommt die Holzbezahlte also ich bin ich bin ja jetzt kein Geizhaus so dann bräuchte ich holz wieso schon wieder kein Platz ich wer für dich fahren mal weg so und dann sicher ich mir einfach mal um ich darf ja eine doppelt Ruhe sichern ich habe keinen Platz wie mies so so doppelt Ruhe äh nein so äh Team Take Beats und dann lagere ich hier erstmal ähm das Eisen rein ja ein bisschen steil behalte ich sowas hier ja die Tone nehme ich jetzt mal mit das behalte ich auch die Schilder tun oben rein das kann ja auch erstmal rein Eisen vor allem den ne das brauche ich noch äh das kann Welt das kann Welt das behalte ich die Tür kann Welt der Boden den behalte ich auch mal aber ich möchte auch gerne das hier vorne haben ich habe ja sieben Pfeile so ähm ich würde sagen ich besorgt mir jetzt erstmal was zu essen nachdem ich mir was zu essen besorgt habe ähm gehe ich eben Stripmine und hole mir Dias dann bin ich auch nicht mehr schlecht ausgerüstet aber erstmal habe ich schon wieder Hunger sehr gut ähm da ist ein Pferd ich könnte mir schon ein Pferd zählen ich habe ja eine Rüstung fällt mir gerade mal ein dann hängt aber das Problem ist wenn ich mich auslogge müsste ich das Pferd gut verstecken und es dürfte nicht die spawnen sonst habe ich ein Problem ich nehme mal die Pferderüstung mit und zähme das Pferd dann mache ich auch noch ein kleines Tutorial wie zähmt man Pferde ich darf nicht springen obwohl ich es gleich nochmal was bevor ich das mache so nicht springen bin ich zwar langsamer aber aber was soll der Geist hier ist auch ein Kraftenträger ich weiß nicht wo die anderen Teams sind ich müsste mir mal die Videos von denen anschauen so ja ja ich brauche eine leere Hand so also wer nicht weiß wie man Pferd zählt ich muss mich jetzt mit einer freien Hand man darf nichts in der Hand haben das oft aufs Pferd setzen das wird mich immer abwerfen und man kommt Herzchen man kann das beschleunigen wenn man das Tier füttert aber ich habe nichts also kein Heu ich habe keinen Apfel aber mal gucken ah jetzt jetzt habe ich keinen Sattel yeah habe ich ganz vergessen man frott ja einen Sattel mmmm dann bleib erstmal hier Pferd ich habe auch keinen Sattel Mist 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 Ida ich laufe erstmal da vorne lang hier war ich mal in dem ersten Versuch aber der wurde ja dann abgebrochen und ich weiß dass es hier sehr viele Türen gibt aber nachts wird es hier nicht gerade besonders nett und dass es gar nicht tut ich glaube das war hier ja müsste ich laufe einfach mal weiter Wolle bringt mir leider nichts ne war das hier also hier ist der Sumpf hier müsste das gewesen sein nur ich sehe kein Essen Ida ich laufe mal was weiter da vorne sind Schweine das ist eigentlich egal also gut ja komm mal her dann schlachte ich hier mal ein paar Schweine ab Juna den auch Hauptsache was zu essen obwohl Türen besser wären könnte ich mir noch eine Lederrüstung machen obwohl ich hab ja noch Eisen das müsste ich eigentlich mal einschmelzen gerade wo ich alleine bin sollte ich dies tun ich laufe jetzt einfach mal weiter das nun komm her putt 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 und ihr werdet jetzt auch demnächst öfters voll sehen so laufen wir mal weiter ich setzt gerade den Timer nochmal neu aber ich suche immer noch also ich will jetzt auch nicht so weit vom Spawnpunkt weglaufen da wir ja die Truhe dort gesichert haben so also ich weiß jetzt nicht wo das Essen war hier waren nur tausende von Türen war das ein anderer Sumpf naja ich hab ja ein klein wenig Fleisch das werde ich aber weil ich immer noch allein bin auch am Spawn machen dann mach ich gleich auch das Eisen und mach mir vielleicht schon eine Eisenrüstung da das Schwert noch was halten wird ich werde vielleicht jetzt das hab ich vielleicht weil ich mir doch ein Schwert so wo die wir jetzt hin ich würde es alles und nun und dann gehe ich vielleicht was nach da also wieder Richtung Spawn ja ich brauche nur ein bisschen klein wenig essen damit um dann schon mal ein bisschen zu sein dann habe ich kein Problem geben wird dir generiert ich brauche gerade auch mal den Baum hier ein bisschen vielleicht mache ich das hier mit auf Glut auf Äpfel aber ich muss jetzt kann ich hier auch nicht mehr rennen vielleicht esse ich jetzt das verrottete Fleisch nochmal vielleicht kann ich dann noch rennen ja so dann rennen ist er eigentlich jetzt nein okay ich dachte schon dass der Diablot da wieder wäre ist der aber nicht in der Zeit könnten wir auch mal reingehen obwohl dafür sind wir schlecht ausgerüstet zwei Schläge von so einem Pigman und ich bin weg jetzt aber jetzt suche ich doch die Tür unbedingt aber ich möchte noch gern ein bisschen Essen haben das war der Timer ja ich würde sagen in der nächsten Folge werden wir sehen ob ich es schaffe noch was zu essen zu holen und ob ich es schaffe Diamanten zu finden bis dahin tschau